Oh Leute, Diamantschwert, Diamantschwert! Wir können aber auch eine Pickaxe machen. Macht das nicht mehr Sinn? Wir sollen ja einen Block abbauen. Dann machen wir einfach eine Pickaxe. Oder? Überlegen wir doch mal, so ein Schwert ist natürlich gut gegen Gegner. Aber wir sollen ja einen Block abbauen. Komm, wir machen jetzt einen Pickaxe. So. Das und das. Behold, mein Enchanted Diamond Pickaxe. Ooh! Ooh! Äh, ich nehme eine neue Rüstung. Also, jetzt sind wir nochmal ganz ehrlich. Also, dieses abgenutzte Stück, was wir tragen. Also, nee. Ach du Scheiße. Das muss ich wissen. Nein, es ist aber Gold. Okay. Das ist natürlich nützlich. Ja, aber wir müssen ja gegen Sturm ankämpfen. Und da hilft das gegen Waffen nicht. Naja. Natürlich. Okay, das ist schon mal eine gute Lösung. Ich würde tatsächlich überlegen. Aber ich glaube, wir nehmen hier die Rüstung. Die hier. Ja. Okay, die sollen zwar auf unserer Seite gleich sein. Zack. 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 Aha. Weil wir wie ohne den Helm rumlaufen. Ready for action. You can take some for your friends as well. Sounds good to me. Wow. Cool armor, Jesse. Thanks. And there's plenty to go around. Now, let's get back to Soren's Fortress and see how the Witherstorms are doing against those Endermen. Oh, man. Haben wir jetzt wenigstens auch eine Rüstung bekommen? Anscheinend schon. Alter. Oh, my poor Fortress. I see Endermen, so this means the plan's working, right? Shouldn't the Endermen have dismantled those things by now? Or am I just confused? It's not just you. Something's wrong. Jesse, over here. Axel! Petra! You're okay! You guys made it. Nice freaking armor, by the way. Hey, Petra, are you all right? No, I'm barely hanging on. I should have stayed in that cave. Except you saved my butt like a dozen times. He's exaggerating. I found a couple potions to keep me going. Yeah. Do you guys still have the amulet? Safe and sound. That's not the problem. Then what is? The Endermen. They're not angry enough. I mean, some of them are, but a lot of them are just standing around moving blocks. You know, being Enderman. Ah, blast! It kept the main Witherstorm busy, but one of the smaller ones started attacking us. Yeah, so Magnus ran off to fight that thing all by himself. He's fighting a Witherstorm? Alone? That's all. Yeah, kept saying something about paying for the mistakes of the past. Whatever that means. If a fellow member of the Order of the... Of the, uh... Order of the Stone. Is out there fighting, then I belong out there too. Gabriel, no, no. I told you you're not who you think you are. My name is Gabriel the Warrior. And he's running the wrong way. Oh, for goodness sake. I'm not letting that idiot get himself killed. Gabriel! Come back here! Without the command block, none of them stands a chance. Say what now? Why do they need the command block? Go. They're frauds. The whole order. What? It's kind of a long story. One we don't have time for right now. Fine. Oh, God. Jesse. Guys. I can't do this anymore. You need to go on without me. What? No. I fought as hard as I could, but... Petra, we've got this. You stay outside, okay? Yeah. All right. But please, just destroy that command block. For me. Believe me. I will. So what's the plan? I mean, I know we gotta go in there, but... we just go for it or what? We need to find a way for me to use this. Whoa. Whoa. That is, without question, the coolest thing I have ever, ever seen. Me too. Nice, Jesse. Oh. And I brought you some armor, Axel. Here. Nice. I was feeling a little left out. Was zum Teufel? Warum ein Glasblock? Oh, man. Let's go kick some command block, but... Oh, man. Alter Schwede. Alter. Aber es ist ja... Der Witherstorm, der Köpfe war doch geil, ne? Guck mal, waren wir die 6. der Köpfe, ja. Hehehehe. I, uh... you know, I've... I've... I've really enjoyed meeting you all, but... Yeah. Oh, ja! Zudie zogarmęścig a. ... we have work to do. We need to get those Endermen to attack it. Und weg! Was? 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 Natürlich! Ja komm, ich drücke doch! Ich drücke! Wir machen sie also sauer und dann werden sie hochgebiebt und dann nehmen sie das Teil auseinander oder was? Oh Gott! Die schlauesten Zahlen scheinen die ja nicht zu sein, die anderen Männer! Jetzt müssen wir einfach einen Weg finden! Oder wir bauen dich einen Weg! Das ist es! Alle, alle! Empte deine Pocken! Mal sehen! Ich habe Redstone und Cobblestone aus Ivor's Armoury! Ich habe TNT aus Boomtown! Ich habe Pistons, Repeaters, some Wool, some Leftover Slime! Oh, und ich habe das Minecarton! Das muss genug sein, oder? Ich meine, wenn wir die TNT schnauern haben, wenn wir die TNT schnauern haben, wenn wir die TNT schnauern haben, Ja komm! Nein! Axel! Nein! Olivia! Ich wollte gerade sagen, ich warte gerade auf das Quicktime Event! Hä? Ich hab's gedrückt! Los! Los, 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 los! Komm, komm, komm! Los, los, los! Schneller! Alter! Hä? Willst du mich verarschen? Das Spiel verarscht mich gerade, Leute! Ihr seht, das ist ja im grünen Kreis, das ich tatsächlich drücke! Dann müssen wir gedrückt halten! Ah! Axel! Woah! Ah! Ne, wir müssen drücken! Alter, Leute! Das ist nicht möglich! Ohne Scheiße! Ich bin da noch nie weg... Bin ich schon beim Let's Play gestorben? So, wie wenig Zeit man dafür hat, ne? Sonst konnte man das immer gemütlich schaffen und jetzt? Was ist das? Was ist das? Na, endlich! Alter, verdammt, knacktes Zeil. Achso. Was ist das? Schnell, 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 schnell. we're not giving up we're not giving up it's finished quick climb on and Jessie I know you can do this we all do thanks guys it Awww. Alter! Das glaube ich. Also Leute, die kämpfen doch noch gegen uns. Unter Garantie werden die ferngesteuert. So gruselig wie die aussehen. Ja. Der Schlachter. Los, wir müssen mit Ruben hinterher. Da ist der Befehlsblock. Ah! Woah. Da ist es. Wir treffen uns wieder, Command Block. Ja, war klar. So bist du einfach gewesen, wer. Runter! Wo ist denn Jessie? Ja, wahrscheinlich. Los! Los! Oh Gott. Woah. Ich weiß nicht, wäre das mit dem Schwert die gleiche Lösung gewesen? Woah. Ich würde verarschen. Okay. Hoch. 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 Los. Weiter. Weiter. Alter, ich meine, die armen Leute hier, die hier gefangen sind. Alter. Nacktschölich, ein River-Kopf, innen drin. Ja, fall mir auf. Los, 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 los! Ja. Alles gut, Ruben. Halt dich versteckt. Ich halte mir den Rücken frei. Alles gut, Ruben. Das ist ja meine Absicht. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Was ist das für ein geiles Schwarz? Nein. Das ist doch ein cooles Schwein, man. Oh Gott, nein! Ruben! 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 No! 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 Ruben! No! 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 Ah! Ah! There you are! Jesse, are you all right? We thought you were... I mean, I didn't think you'd made it. Guys, I did it! I destroyed the command block! I know, we saw! It was so freaking awesome! They're gonna be talking about you forever! Seriously! Guys, look! My sickness is gone! Oh, Petra! I'm so happy for you! Hey, do you guys hear something? Ruben! Oh, no! Ruben? You're gonna be fine. You hear me? Come on, Ruben. Say something. Oh, my Ruben! Get up, Ruben. Get up! You can't just give up on me. Not now. Ruben! Nein! Ohne Scheiße, ich hab' gerade gedacht, er müsste sich jetzt nur in Porkshow verwandeln. Nein! Ruben! Ruben! Kann man das verhindern, Leute? Muss Ruben sterben? Oh, die ganzen Leute! Oh, die ganzen Leute! Ich hab' ja nicht... Wie geil! Der kriegt mir eigentlich das Gedenkstein, oder... So einen richtig großen Grab, oha! Heftig! Ja. We all owe a great debt to Jessie and her friends, but I owe a debt to you people as well. Which is why there is something I want to tell you about the order. Yeah, los. The order of the stone is not what you all believed. We were frauds. We used the command block to falsify our legacy. We were no heroes. So it is time for the world to celebrate new heroes. Real heroes. What? Thank you. Thank you, everyone. I know you think I'm up here because I saved the world or something. But the truth is... I didn't do it alone. Far from it. You see, I had my friends with me. There was Olivia, Axel, Petra, even Lucas. They never gave up on the world or on me. Well, maybe once or twice. They only knew. It's crazy to think my friends and I started out in a tree house. And now we've been to some of the weirdest places in the world. At the end, we're in London and another in Boomtown. Oh, God. Oh, God. We even made it to Boomtown, where we met Magnus. And some of his enthusiastic followers. But when all was said and done, you know what really mattered? Finishing what we set out to do. Cause there's no way we were gonna let a world this cool get torn apart. We did it! Oh, Mom. I love you. 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 Jesse, this is the Nether Star that dropped when the Wither Storm was destroyed. You wanna do the honors? Oh, man. This is gonna be so cool. Oh, yeah. Meine Freunde, ich bin jetzt froh, um dich zu erinnern. Die neue Order of the Stone! Und so war es, dass eine neue Order of the Stone war. Eine, die nur nur die Anfang ansteigte. Und genau das ist es Leute, es gibt nämlich eine nächste Episode bald! Die ist wohl nicht draußen! Oh Gott! Jetzt gehen wir gleich nochmal in Ruhe durch. Genau hier! Hier, 3,2% der Spieler sind mit Lukas im Streit auseinander gegangen. Ach du grüne Neune, okay! Wir hätten also auch gut mit ihm auskommen können. 57% haben sich auch in die Hütte geschlichen mit der Hexe. Wo Eivor dann verschwunden ist. Genau, dann ist der Spieler wieder im Haus aufgetaucht. 12% der Spieler haben die Diamantspitzhacke gecraftet. Die meisten werden sich wahrscheinlich für das Schwert entschieden haben. Aber jetzt seien wir mal ehrlich. Wahrscheinlich hätte es jetzt in dem Sinn keinen Unterschied gemacht. Aber ich habe mir gedacht, es ist ein Block. Den kann man mit einer Spitzhacke effektiv abhauen. Ich weiß nicht, ob man es mit einem Schwert öfters hätte machen müssen. Keine Ahnung, ich schätze mal nicht. Aber ich habe mir einfach so gedacht, die waren Spitzhacke. Du hast drei Diamanten. Warum nicht? 84% der Spieler habt euch für eine neue Rüstung entschieden. Okay. Da war ich sehr, sehr, sehr mit den anderen anscheinend übereinstimmung. Genau. Und 43% haben natürlich auch die Wahrheit gesagt. Und jetzt seien wir mal ganz ehrlich. Das gehört sich doch auch. Hallo? Man muss doch die Wahrheit sagen. Oh mein Gott. Also Leute. Es gibt natürlich noch eine fünfte Episode, wie man vorhin gesehen hat, die dann die Geschichte vom neuen Order of the Stones erzählt. Die ist nur noch nicht draußen. Das heißt, es wird jetzt erst noch ein anderes Projekt dazwischen kommen wahrscheinlich. Und sobald die fünfte Episode dann draußen ist, werde ich natürlich auch diese Let's Playen. Ganz normal. Ich hoffe das Let's Play hat euch soweit gefallen. Mir auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Episode wieder. In der fünften. Bis denn. Tschüss. Abonniert. o 3